Das Hotel Anker in Brodenbach ist eine gute Ausgangsposition für Fahrten in die umliegenden Städte Kochem, Koblenz usw. Die Zimmer sind groß und haben alles, was man braucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Hotel Krähennest in Löw gegenüber Brodenbach und vom Hotel Anker bei Tag und bei Nacht So schön können Reisebusse, die am Hotel Anker anhalten und ihre Gäste ausladen, aussehen Schiffsfahrten nach Koblenz, Kochem usw. können von hier aus angefahren werden Mit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020